Robert Kepper, Gerda Taro. Er ist der Begründer des Fotojournalismus, bereit für ein gutes Bild jedes Risiko einzugehen. Er hat über die größten Konflikte des 20. Jahrhunderts berichtet, war in fünf Kriegen an der Front immer unter Lebensgefahr. Sie ist eine junge Fotografin, hochtalentiert und ehrgeizig, und eine der ersten Kriegsfotografinnen. Gerda ist die Frau in Robert Keppers Schatten geblieben. Teil der Legende, die sich um seinen Namen rangt. Gerda Taro, Robert Kepper. Die Geschichte zweier Menschen, verbunden durch Engagement und Empörung, vereint durch das Medium der Fotografie. Und die Geschichte einer Liebe, die den Krieg nicht überlebte. Untertitelung des ZDF, 2020 New York 1953. Robert Kepper ist allein. Er lebt im Hotel. Er braucht die Unbeständigkeit. So wie Alkohol, Zigaretten, Glücksspiel. Er widmet seine ganze Energie seiner Arbeit. Es ist, als sei er ständig auf der Flucht, vor den Schrecken des Krieges und vor seinen Erinnerungen. Seit einigen Jahren gilt er als der beste Fotoreporter der Welt. Er ist 40 Jahre alt und muss nichts mehr beweisen. Niemandem. Er langweilt sich. Er hat den Ruf, ein Zocker zu sein. Ein Verführer. Geheimnisvoll. Kepper liebt die Frauen. Die schönen Frauen. Stars, umgeben vom Glamour der Leinwand. Aber hinter allen, die er verführt und fotografiert, sucht er ein Gesicht. Das der Frau, der er alles verdankt. Als Mann ebenso sehr wie als Fotograf. Das Gesicht Gerda Taros. Berlin 1933. Eine junge Frau wird verhaftet und beschuldigt, in Leipzig Anti-Nazi-Flugblätter verteilt zu haben. Sie gehört zu einer Gruppe junger Leute, die gegen Hitlers Machtübernahme opponieren. Im Gefängnis schweigt sie. Denunziert niemanden. Hält stand. Ihr Name ist Gerda Pohorille. Sie ist 20 Jahre alt und Jüdin polnischer Abstammung. Was sie sonst noch ist? Hochintelligent und eine gute Tennisspielerin. Aber schon als Kind macht Gerda ihren Eltern Sorgen. Mit ihrer starken Persönlichkeit stößt sie so manchen vor den Kopf. Als Jugendliche begreift sie schnell, dass Eleganz ein Trumpf ist. Sie hat den Kopf voller Ideale. Ihre politischen Überzeugungen vertritt sie kompromisslos. Sie fällt auf. Aufgrund ihrer polnischen Staatsangehörigkeit wird sie nach zwei Wochen wieder freigelassen. Aber sie weiß, dass sie unter Überwachung steht. Sie entschließt sich zu fliehen. Sie lässt alles hinter sich. Berlin, ihre Familie, ihre Freunde. Sie geht nach Paris. Zur gleichen Zeit will auch ein junger Mann dem anschwellenden Nationalsozialismus entkommen. Er verlässt Budapest und nimmt 1934 nach einer Zwischenstation in Wien den Zug nach Paris. Der junge Mann heißt Endre Friedmann. Auch er ist 20 Jahre alt. Er ist in Ungarn zur Welt gekommen, als Sohn einer jüdischen Familie, der ein Modeatelier gehört. Endre ist ein glückliches Kind, voller überbordender Lebensfreude. Aber er ist auch ein Raufbold, einzelgängerisch und entschlossen, was ihm den Spitznamen Bandi einträgt. Das ungarische Wort für Haifisch. Mit 17 wird er zum ersten Mal festgenommen, wegen seiner politischen Aktivitäten. Er steht der kommunistischen Partei nahe und kämpft gegen das repressive Regime Ungarns. Als er entlassen wird, beschließt er, das Land zu verlassen. Er geht nach Berlin. Dort schreibt er sich an der Hochschule für Politik ein. Er träumt davon, Journalist und Fotograf zu werden. Um sein Studium zu finanzieren, arbeitet er zunächst als Fotolaborant beim Ullstein Verlag, dann als Assistent beim Deutschen Fotodienst. Endre erweist sich schnell als begabt. Und so schickt ihn sein Arbeitgeber 1932 nach Kopenhagen, um Leo Trotzki zu fotografieren. Kamerans, Sie wollen mir eine Antwort auf die Frage? Warum bin ich nicht der Fraktion der Bolshevik-Leninist? Trotzki steht seit Jahren auf Stalins Todesliste. Endre wird klar, dass Fotografieren ein Weg ist, um Zeugnis abzulegen, seinem Motiv so nahe zu kommen wie möglich und seinen Überzeugungen treu zu bleiben. Er will Fotoreporter werden. Auch ihn zieht es nach Paris. Dort angekommen, irrt er durch die Stadt. Er hat keinen Zoo in der Tasche, spricht kaum Französisch und findet keine Arbeit. Bald nennt er sich André. Endre erinnert zu sehr an seine Herkunft. Der junge Fotograf will sich einfügen, ein neues Leben beginnen. Paris ist ein wandelndes Fest, die Stadt der Möglichkeiten. In den Cafés von Montparnasse begegnet André-Henri-Cathier-Bresson, David Simon und Friedrich Stein. Auch sie, junge Fotografen, die davon träumen, sich einen Namen zu machen. Sie kommen aus Frankreich, Ungarn oder Polen. Und ihre sozialen Hintergründe sind denkbar verschieden. Aber eines vereint sie. Sie alle denken in Bildern. Und sie revolutionieren die Fotografie. Durch das Festhalten des Augenblicks mit kleinformatigen Kameras. Aber es ist ein harter Weg. Angesichts der Konkurrenz und der mickrigen Honorare für ein Zeitungsfoto, bleibt am Ende des Tages kaum etwas übrig. Paris 1935. Gerta schlägt sich mit kleinen Jobs als Schreibkraft oder Assistentin in Presseagenturen durch. Sie hat Ausstrahlung, ist neugierig, spricht mehrere Sprachen. Die junge Frau ist schnell in jedem Milieu zu Hause. Von ihrem Gehalt kann sie gerade so leben. Aber egal, sie will ihre Freiheit und ihre Jugend genießen. Sie teilt sich ein Zimmer mit einer Freundin, einem überaus hübschen Mädchen namens Ruth. Sie ziehen zusammen los, amüsieren sich und flirten auf den Terrassen der Cafés um die Wette. Ruth zieht die Blicke auf sich. Auch den Andrés, der sie gern fotografieren möchte. Gerta begleitet Ruth zu ihrer Verabredung und verliebt sich halsüberkopf in den jungen Fotografen. Es ist, als seien die beiden füreinander bestimmt. Beide sind Juden, glühende Antifaschisten, beide waren im Gefängnis und sind vor den Nazis geflohen. Und beide wollen ihr Leben voll auskosten. Die jungen Verliebten weichen nicht mehr voneinander. Und? Sie stürzen sich in eine leidenschaftliche Beziehung. André vertraut einem Freund an. Nur Hacke und Schaufel können mich von Gerta trennen. Gerta und André lieben es in hitzigen Streitgesprächen, das Weltgeschehen zu diskutieren. Sie haben die gleichen Überzeugungen, die gleichen Ideale von Gerechtigkeit und Freiheit. Aus Liebe zu André beginnt auch Gerta zu fotografieren. Sie will alles mit ihm teilen. André bringt ihr bei, was eine gute Aufnahme ausmacht. Die junge Frau ist begabt. Beide sind überzeugt, dass eine Fotografie eine Waffe sein und den Lauf der Geschichte verändern kann. Paris 1936. André ist niedergeschlagen. Er findet kaum Abnehmer für seine Bilder. Anstatt sich einen Namen zu machen, ist er nur ein weiterer, erfolgloser Fotograf. Seiner Mutter schreibt er. Ich sollte fürs Kino arbeiten. Mit der Fotografie ist es hoffnungslos. Aber Gerta glaubt an sein Talent. Sie setzt ihre ganze Energie ein, ermutigt ihn. Aber nichts tut sich. Eines Tages haben sie eine Idee. Und die ist genial. Sie lassen André Friedmann, den Fotografen, für den sich niemand interessiert, verschwinden. Und erschaffen an seiner Stelle eine legendäre Figur, um die sich die Welt reißen soll. Die Haare gegelt. Der Anzug von lässiger Eleganz. Die Erscheinung amerikanisch, schick und mondän. Ein Starfotograf. Um Aufmerksamkeit zu erregen, braucht es Glamour und einen entsprechenden Namen. Friedmann klingt zu jüdisch. Also wird aus André Friedmann, Robert Keppra. In Anlehnung an den Hollywood-Regisseur Frank Keppra. Und aus Gerta Puhurille wird Gerda Taro. Eine Verneigung vor Greta Garbo. Die beiden glauben fest, dass ihre neuen Namen der Schlüssel zur Verwirklichung ihrer Träume sind. Gerda weiß mittlerweile genau, was die Fotoagenturen wollen. Sie ist bereit, alles für ihren Geliebten zu tun. Ich ziehe heute bei Gerda ein. Sie hilft mir sehr, weil sie gute Kontakte zu den Redakteuren der Zeitungen hat und mich überall mit hinnimmt. Paris, Mai 1936. Die erste große Bildreportage unter dem Namen Robert Keppra erscheint. Eine Fotostrecke über den Wahlsieg der Volksfront. Die Bildausschnitte wirken wie improvisiert. Die Kamera ist mitten im Geschehen. Die Redaktionen beginnen sich für diesen Kepper zu interessieren. Die Strategie geht auf. Das Magazin Vue wählt eins der Fotos für ihr Titelblatt zum Nationalfeiertag. Nach einigen Monaten fliegt das Spiel mit den geänderten Identitäten auf. Aber was soll's? Der Name Robert Kepper ist jetzt ein Begriff. Das Paar ist bereit für neue Abenteuer. August 1936. Gerda gelingt es, sich aufgrund ihrer Arbeit bei einer Fotoagentur einen Presseausweis zu verschaffen. Die beiden beschließen, nach Spanien zu gehen, wo gerade ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Beim Anflug auf Barcelona hat ihre Maschine einen Motorschaden und schlägt jenseits der Landebahn auf. Es gibt nur zwei Leichtverletzte. Robert und Gerda sind überzeugt, solange sie zusammen sind, kann ihnen nichts geschehen. Einige Wochen zuvor haben spanische Militärs und der General Franco versucht, die republikanische Regierung zu stürzen. Kepper und Taro stellen sich auf die Seite der Republikaner. Sie wollen für ihre Ideale kämpfen, mit ihren Kameras. Ihnen wird bewusst, dass sie Zeugen eines historischen Augenblicks sind. Sie fotografieren die Gesichter, die entschlossenen Blicke der Menschen, die bereit sind, ihre Freiheit zu verteidigen. Sie sind Anfang 20, wie Gerda und Robert. Junge Männer, Frauen, manche noch Kinder. In ihren Aufnahmen feiern die beiden Fotografen die Brüderlichkeit, das Leben, die Liebe. Es sind Aufrufe gegen den Krieg und die Unterdrückung, in der universellen Sprache der Fotografie. Robert sucht die rohe Emotion, die Unmittelbarkeit. Er fotografiert scheinbar spontan aus nächster Nähe. Gerda orientiert sich am modernistischen Stil der 30er Jahre und am Kino Sergej Eisensteins. Ihre Bilder sind komponiert, strukturiert, poetisch. Die beiden begleiten die republikanischen Truppen an die Front, nach Saragossa. Auch hier suchen sie die größtmögliche Nähe zum Geschehen. Das Risiko ist die Grundlage ihrer Arbeit. Sie haben nur ein Ziel. Zeugnis abzulegen, anzuklagen. Robert fotografiert Gerda im feindlichen Feuer. Es scheint, als kenne sie keine Furcht, wenn es darum geht, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken. Seine Aufnahmen sind Reflexe der Bewunderung, die er für Gerda empfindet. Als Frau, aber auch als Fotografin. Er hält sie für mutiger, stärker, ja vielleicht sogar für begabter als sich selbst. Ihm ist klar, dass sie die Frau seines Lebens ist. An der Front ändert sich Gerda Steele. Sie fotografiert jetzt wie Robert. Aus dem Moment heraus und so nah an ihrem Motiv wie möglich. Oder wie Robert zu sagen pflegt? Wenn deine Bilder nicht gut sind, warst du nicht nahe genug dran. Seine Aufnahme eines tödlich getroffenen republikanischen Soldaten wird zur Ikone. Sie begründet die Legende Robert Kepper. Als sie nach Paris zurückkommen, sind ihre Fotos Tagesgespräch. Das Magazin Vue bringt ihre Aufnahmen auf einer gemeinsamen Seite. Aber die Namen Kepper und Taro tauchen nirgendwo auf. Robert kann es nicht fassen, so viel riskiert zu haben und dann nicht genannt zu werden. Der Krieg lässt die beiden nicht los. Sie brauchen Aktion, Bewegung. Es hält sie nicht in Paris. Also beschließen sie, so bald wie möglich wieder an die Front zu gehen. Und getreu ihrer Überzeugung, so nah wie möglich an ihren Motiven zu sein. Sie treffen eine Verabredung. Von jetzt an werden ihre Namen gemeinsam unter den Fotos stehen, die sie Seite an Seite machen. Februar 1937. Mit Unterstützung italienischer Panzer und deutscher Bomber haben Frankos Truppen Malaga eingenommen. Das Magazin Rougar bringt eine Reportage der beiden über das Elend der Flüchtlinge. Eine Reportage von Robert Kepper und Gerda Taro. Robert bittet Gerda, ihn zu heiraten. Aber sie lehnt ab. Der Krieg hat die junge Frau verändert. Sie will sich ihre Freiheit bewahren. Fotografin sein. Ganz und gar. Robert sucht neue Themen und schlägt vor, zusammen nach China zu gehen. Er ist auf der Suche nach einem Magazin, das bereit ist, die Kosten zu übernehmen. Sie will zurück nach Spanien. An der Seite der Republikaner bleiben. Bis zum Ende. Sommer 1937. Gerda ist wieder in Spanien, aber diesmal allein. Die republikanischen Soldaten nennen sie La Pequena Rubia, die kleine Blonde. Alle kennen sie. Die junge Frau, die ihr Leben für ihre Überzeugungen einsetzt, wird von den Männern an der Front respektiert, als sei sie einer von ihnen. Brunette, ein kleiner Ort nordwestlich von Madrid. Hier wollen die Republikaner die vielleicht entscheidende Offensive starten. Gerda ist an ihrer Seite. Sie liegt mit den anderen im Schützengraben. Sie liegt mit den anderen im Schützengraben. Sie fotografiert. Auch unter Beschuss. Und sie zögert nicht, den Soldaten zu folgen, wenn sie gegen den Feind vorgehen. Nichts scheint sie aufzuhalten. Nichts scheint sie aufzuhalten. Sie macht so viele Aufnahmen, wie sie kann. Am Ende des Tages müssen die Republikaner den Rückzug antreten. Hunderte sind gefallen. Gerda ist erschüttert. Aber sie fotografiert weiter. Ein Krankenwagen bringt Verletzte in ein Lazarett. Gerda fährt auf dem Trittbrett mit. Ein paar Kilometer weiter rammt ein republikanischer Panzer den Wagen. Gerda wird schwer verletzt. Als sie ins Lazarett eingeliefert wird, ist sie noch bei Bewusstsein. Sie fragt nach ihrer Kamera. Sie hat Angst, dass sie sie verloren hat. In der Nacht stirbt sie an ihren Verletzungen. Die Nachricht erreicht Robert in Paris. Er steht unter Schock. Er fühlt sich schuldig. Er war nicht bei ihr. Gerda wird nach Paris überführt und an ihrem Geburtstag auf dem Perla Chais beigesetzt. Sie ist 27 Jahre alt geworden. Der Trauerzug wird zu einer gigantischen Demonstration gegen den Faschismus. Aber ihre Arbeit und ihr Engagement geraten nach und nach in Vergessenheit. Alle Angehörigen ihrer Familie in Deutschland fallen dem Holocaust zum Opfer. Einige Monate nach ihrem Tod verlässt Robert Kepper Paris. Rastlos jagt er von einem Kriegsschauplatz zum anderen. Aber seine Bilanz ist bitter. Der Krieg ist wie eine altgewordene Schauspielerin. Immer gefährlicher und immer weniger fotogen. 1947 gründet er mit seinen alten Freunden und anderen Fotografen auf kooperativer Basis die Agentur Magnum Fotos. In ihrem Archiv werden auch die Bilder Gerda Tarros aufbewahrt. Robert Kepper stirbt 1954, als er im Indochina-Krieg auf eine Mine tritt. Er war auf der Suche nach einem besseren Bildausschnitt. Dies ist sein letztes Foto. Er ist 40 Jahre alt geworden. Er ist 40 Jahre alt geworden. Er ist 60 Jahre alt geworden. Vielen Dank.